Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ihr sehen könnt, bin ich gerade bei Wagner zu Besuch. Hi Walter, ich freue mich, dass wir hier sein können, dass wir nochmal filmen können. Ja, super, Marc, dass du dir Zeit gefunden hast, den langen Weg hier von Hamburg her. Schlappe 700 Kilometer. Ja, machen wir nicht immer, ne? Ja, machen wir nicht immer. So, jetzt ist Zeit für... Ja, für weitere Themen. Und zwar haben wir uns heute ein Format ausgedacht. Und zwar, ich berichte weiter mal über meine Erfahrungen, die ich mit den Produkten gemacht habe und lasse dann von ihm erklären, warum das Ganze genauso ist, wie ich es wahrgenommen habe oder was man sonst noch zu den Produkten ein bisschen an Informationen sammeln könnte. In dem heutigen Video geht es einmal um das Wagner Mikrokeramik. Das habe ich ja schon erfolgreich und mehrfach auf diesem YouTube-Channel und mit verschiedenen Autos und mit Freunden schon getestet. Und ja, das ist heute Thema. In dieser Videoreihe haben wir mehrere Produkte abgebildet und in diesem Format haben wir mehrere Produkte auch schon durchgesprochen. Und wir werden das mit allen Produkten machen, die ich auf diesem Channel mal verwendet habe. Also, Oilstop, Motorkleaner, Mikrokeramik, das Spactophin und den... Oktanbooster. Oktanbooster, ganz frisch. Genau, da kommt noch ein Video, andere Sachen haben wir schon im Kasten und jetzt geht es direkt zu den Erfahrungen, die ich mit dem Mikrokeramik gesammelt habe. Das erste herausstellendste Merkmal ist natürlich eigentlich die neue Laufkultur, die Laufruhe, die entstanden ist, nachdem es eine gewisse Zeit halt im Motor drin geblieben ist. Wie lässt sich das am besten erklären, dass es sich so verhält? Das ist einfach zu erklären. Das steht ja schon auf der Dose, hier Mikrokeramik. Wir setzen hier einen Mikrokeramischen Festkörperschmierstoff bei, in einer relativ hohen Menge. Das heißt, wir applizieren bei einem Motor mit zwei Liter ungefähr 20 Gramm. Ja, okay. Das ist der reinste keramischen Festkörperschmierstoff, was sehr hoch ist. Und das führt dazu, dass sich das Öl verfärbt. Wenn ich das jetzt im Getriebe einsetze, wird das Öl fast schneeweiß werden. Das sehe ich natürlich beim Motor nicht, nur kurzfristig, weil der Ruß kommt und der Ruß wird das komplett überdecken. Und der hohe Festkörperanteil ist dafür verantwortlich, dass sich sofort, also mit der Betonung sofort, eine bessere Laufkultur einstellt. Also man kann das so hören, dass der Motor einfach samt der Rüger läuft. Ja, wir können es auch messen, das haben wir auch schon gemacht. Ich nehme an, ich habe auch in deinem Channel verfolgt. Und vielleicht deine Erfahrungen über die Laufkultur, jetzt an dem Sechszylinder-Motor. Ja, also die Laufkultur und die Laufruhe hat sich tatsächlich verbessert. Im messbaren Bereich war es, glaube ich, mit einem amateurmäßigen, aber gleich aufgestellten Dezibelmesser war es ungefähr 1 bis 1,3 Dezibel. Natürlich hat man immer Schwankungen hoch und runter, das war aber so das Mittelmaß aus diesem. Und das war aber der Effekt zwischen dem frischen Öl und der Mikrokeramik. Und wenn man den direkten Vergleich macht, abgesehen von der Dezibelzahl, ist einfach die Geräuschkulisse, die ich wahrgenommen habe mit dem Motor, einfach eine ganz andere. Das heißt, die Geräusche, die man wahrnimmt, jetzt abgesehen von der reinen Lautstärken und Differenz, ist einfach, dass metallische Geräusche weggefallen sind bei mir, dass einfach viel mehr das Ventilspiel... Das ist so jetzt die Wahrnehmung während des Fahrens, ja? Nee, auch im Stand. Auch im Stand. Ich bin gerade im Stand. Wenn ich jetzt vom Autostand geöffnete Motor habe und habe mich mal davor gestellt, dann hört man auch einfach nur so tick, 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 anstatt... Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist einfach ruhiger geworden. Das Ganze jetzt im Vergleich während der Fahrt ist, es kommt das Modell drauf an. Jetzt den 6-Zylinder-Benzinmotor. Ich habe einen Soundgenerator drin, der dementsprechend auch Sound in den Innenraum abgibt, der auch den Motorsound übertönt. Also im Stand höre ich meinen Motor nicht. Krass war es aber in der Laufkultur 4-Zylinder-Diesel von dem 1,20 Diesel, den ich verwendet habe und den 3,30 Diesel von meinem Vater. Ebenfalls 6-Zylinder. Da war wirklich so die Wahrnehmung, im Innenraum, beim normalen Fahren, im Stand war der Motor deutlich weniger präsent. Also da war wirklich, ja, es ist ruhiger geworden, angenehmer und der Motor, der im Stand, der hämmert nicht mehr so, sondern es ist ein Benziner-ähnlicher als, ne? Vom 6-Zylinder-Benzin ist man sehr verwöhnt, aber für den Diesel läuft es... Gut, der 6-Zylinder läuft schon super samtig weich, ne? Habe ich ja heute schon gehört, also wirklich, das ist ein Traum, wirklich, ja. Ja, aber für einen 4-Zylinder-Diesel, den ich ja selber besaß, also ich kenne den Motor sehr gut, ich habe vier Jahre das Auto gehabt, ähm, der lief gut, so, also es ist echt top. Also alle Dieselfahrer berichten uns, dass die Motoren samtig weich laufen, ähnlich wie Benziner dann, vom Geräuschvolumen, ja. Und das deckt sich jetzt auch mit den Messungen, die unser Kunde in Japan gemacht hat und nicht weniger Kunde als Toyota, die dort selber auf den Prüfständen Untersuchungen gemacht haben, und zwar ist das Fahrzeug auf dem Prüfstand gelaufen, und zwar gemessen wurde wiederum ein 2-Liter-Benziner auf dem Prüfstand bei 3.000 Umdrehungen unter Last, und natürlich auch richtiger Last, also nicht nur, dass ich da nur 5-10 kW abnehme, sondern ich nehme da mal 50-80 kW ab, und dort wurde gemessen von 92 dB auf 89, und das sind 3 dB Unterschied, das ist sehr, sehr viel, ja. Ich meine, 4 dB müsste das halbe Geräusch sein, ja, und das ist enorm. Und das ist letztendlich nur da zu begründen, indem wir hier eine hohe Menge an Festkörper beigeben, die dieses Dämpfverhalten bringt. Natürlich auch die ganzen metallischen Geräusche werden da rausgenommen, und letztendlich ist ja nicht nur das Verbrennungsgeräusch ausschlaggebend, aber auch die ganze Mechanik, die ganze Geräuschkulisse, die in der Mechanik entstehen. Es sind sehr viele Bauteile, die sich da ineinander bewegen, und das führt letztendlich zu einer ganz deutlichen Verbesserung. Ja, also das kann ich auch bestätigen, weil ich habe auch gemerkt, dass zum Beispiel das Kaltstartverhalten, also ich habe manchmal Segmente in meinem Verhalten, wie ich mein Auto benutze, ist, mein Auto steht mal eine Woche lang komplett, und ich mache ihn an, und der ist wirklich instant an, der ist sofort an, der eiert nicht, er orgelt nicht, sondern zack, das Ding ist an. Und auch die, das war vorher nicht so, plus das Geräusch, ich habe ja an meinem Auspuff ein bisschen was gedreht, so, der BMW Performance Auspuff klingt halt gut, deswegen steile ich auch gerne mal aus und höre mir den Kaltstart an. Ja. So, und da ich sehr affin mit meinem Motor umgehe, mache ich auch mal Haube auf und höre mir den Motor an, wie klingt der kalt, mache ich immer wieder, so, und da merke ich auch einfach, dass im Vergleich zu vorher, wo ich das noch nicht benutzt hatte, dass einfach da ein enormer Unterschied gekommen ist, wie viele metallische Geräusche auch in dem Kaltstart-Moment zu hören sind, also, Fenster auf, ich mache mein Auto meistens an, erst mal Tür auf, Fenster auf und dann an, so, oder manchmal auch Mutterhaube, um halt dieses zu überprüfen, also ich habe wirklich gemerkt, er springt schneller an und leichter, so, also, muss nicht, jetzt wird der Anlass dann nicht so viel Kraft geben müssen, das klingt wahrscheinlich duke, aber er ist einfach flott da. Gut, das, ich habe, wir fahren ja hier im Betrieb nur Diesel, ja, und deswegen kann ich jetzt mit dem Benziner, weiß ich, die laufen sehr, sehr perfekt beim Diesel, das ist so, wenn man ein Dieselfahrzeug jetzt länger stehen hat, zum Beispiel jetzt eine Woche, wir haben jetzt Winter, ja, und ich starte den Kalt, dann habe ich ein wirkliches metallisches, massives Geräusch, ja, und wenn ich mit Keramik fahre, und das sind ja auch die Ergebnisse, oder die Kunden-Fadeback von unseren Anwendern, dass die Motoren auch im kalten Bereich schon samtiger laufen, ja, und gerade der Kaltstart ist ja letztendlich ein Riesenproblem, wenn ich jetzt einen Motor kalt starte und den auf Drehzahl bringen muss, weil ich vielleicht eben in der Stadt eben mitfahren muss, ich muss die Geschwindigkeit halten, bleibt mir keine andere Möglichkeit, als das Fahrzeug auf Drehzahl zu bringen, ja, ohne dass ich jetzt, ohne dass ich es wirklich warm fahren kann, ja, also mir ist es auch schon passiert, ich fahre mit dem Transporter schwer geladen von der Messe weg, und es geht einen Berg hoch, Motor ist kalt, ja, und ich habe mich entschieden, den nicht hochzudrehen, ich bin da nur mit 40 hoch, und dann kam schon die Lichturbe von hinten, und kam da Druck von hinten, ja, nachdem, was ist da los, aber ich wollte einfach das Fahrzeug jetzt nicht da mit hoher Drehzahl hochquellen, im kalten Zustand, ja, weil ich das einfach nicht kann. Ja, das ist ein anderes Herz. Ja, ja, ganz. Ja, tatsächlich. Genau, was ich auch noch sehr interessant war, war auch, als ich damals hier war, dann haben wir ja hier das Mikrokerame eingefüllt, und ich bin mir jetzt zurückgefahren, zu dem Zeitpunkt hatte ich ja noch das Ceratec drin in dem Motor, und auf der Rückfahrt hatte ich, ich habe ja mit meinem, also, ich habe ein OBD-Messgerät, mit dem ich halt die Messwerte auslese, und einen genauen Verbrauch herausfinden kann, und das habe ich für die Hinfahrt und für die Rückfahrt gemessen, und ich bin beide Touren so gut es geht gleich gefahren, Tempomat 160, Abfahrt, Ende, mehr habe ich nicht gemacht, und da habe ich einen Unterschied feststellen können, von, ich glaube, 0,6 Liter Verbrauchsunterschied, obwohl ich vorher schon das Ceratec drin hatte, so, also, das fand ich auch krass, ich habe die Vermutung, wenn man Kurzstrecke fährt, merkt man nicht viel von den Vorausreduktionen, der Motor muss auf Temperatur sein, das ist jedenfalls mein Eindruck, aber auf längeren Zeitraum, ich tracke meine ganze Sprit, jeden Tank mit der App Spritmonitor, das heißt, ich habe über, mit dem ich das Auto habe, drei, vier Jahre oder sowas, habe ich einen genauen Verlauf, wie meine Kurven sind, ich weiß aber auch, wann mein Fahrprofil sich geändert hat, und da habe ich auch herausgefunden, dass einfach ein halber Liter ungefähr Tendenz, auch wenn ich starte oder mal ein bisschen länger unterwegs bin, einfach weniger ist, also es ist einfach, die Effizienz ist besser geworden und der Verbrauch etwas weniger. Ja, unsere Kunden berichten alle über eine Kraftstoffversparnis, und das hatte ich ja auch zum Beginn, und zwar hatte ich die ersten Versuche im TÜV-Abgaslabor gemacht, und dort wird der Abgas gemessen, oder der Kraftstoffverbrauch wurde durch das Abgas gemessen, das heißt, das Fahrzeug läuft auf einer Rolle und der Last, das heißt, ich fahre jetzt ein Fahrprofil ab in der Stadt, und ich fahre ein Fahrprofil ab wie auf der Autobahn, das heißt, ich halte zum Beispiel sieben Kilometer, oder in dem Fall war es so, die Tests waren 2003 und 2004 insgesamt mit drei Fahrzeugen, und da hat sich einfach ganz klar gezeigt, dass wir nach kurzer Zeit, also nur nach 160 Kilometer Einlaufzeit, schon eine Kraftstoffversparnis von vier Prozent zu messen ist. Das heißt, gerade an diesen Prüfständen, die wirklich hochpräzis sind, und das alles über das Abgas gemessen, das heißt, die Masse des Abgases, das Volumen und die Masse des Abgases wird dann umgerechnet auf den Verbrauch, und eine präzisere Messung gibt es so nicht. Das heißt, der ganze Kraftstoffeinfluss, wie Kraftstoffdichte, Temperatur und so weiter, diese Sachen sind alle ausgeschlossen, und somit können wir ganz klar sagen, dass eine Verbesserung nach kurzer Laufzeit, das heißt, in dem Fall 160 Kilometer hatte ich jetzt gefahren, nur mit der Keramik vor der Messung und nach der Messung mit Keramik, und das ist noch zu gering. Die Erfahrung zeigt, dass das totale Ergebnis mit der Mikrokeramik kommt erst nach zwei, vier, sechstausend Kilometern, bis der totale Effekt kommt, bis das alles eingelagert ist, bis wir hier diese perfekte Reibungsreduzierung erzielen können, dauert einfach so lange. Was wir sofort hören können, ist die Geräuschminderung, eine bessere Dynamik, und eine totale Leistungsentfaltung kommt eben nach dieser Zeit erst. Also jetzt nicht erwarten, dass man jetzt das reinfüllt und dann die ersten 100 Kilometer habe ich ein Ergebnis, nein, 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 sondern es braucht schon ein bisschen Zeit. Das ist auch den Effekt, den ich auch in den Videos versucht habe, darzustellen. Also ich habe meistens eingefüllt und dann bin ich 40, 80 Kilometer gefahren, um ein bisschen den Effekt noch mehr ein bisschen darstellen zu können, weil ich weiß, dass er da ist, weil ich auch schon mal die Anwendung, ich hatte ja den Startpunkt hier frisch eingefüllt, 700 Kilometer nach Hause und dann nochmal getestet. Das heißt, der Vergleich war am gleichen Tag und ich hatte das Ergebnis vorher und nachher und das war wirklich dann deutlich wahrnehmbarer, als wenn man dann 10 Kilometer fährt und noch nicht viel passiert ist. In diesem Zusammenhang habe ich aber irgendwie nicht feststellen können, dass der Ölverbrauch sich bei meinem Auto verringert hat durch die Zuführ des Mikrokeramics. Das blieb eigentlich bei dem Wagen oder bei dem Motor gleich. Was jetzt nicht extrem schlimm war im Prinzip, weil nicht mein Fokus drauf lag, weil die Laufruhe mir in dem Sinne wichtiger ist, plus der Verschleißschutz, gerade Kaltstart oder meine Fahrten auf dem Track, also Nürburgringfahrten, Autobahnfahrten, da ist mir der Verschleißschutz gerade sehr wichtig. Und da habe ich ja auch die Erfahrung gesammelt, wie auch einfach, wie haben wir die Reichertwaage bei mir anders benutzt. So, das Video habe ich noch gar nicht online. Ich habe ja erst mit Keramik gedrückt und dann ohne. Und dann war echt schockierend, wie schnell es denn doch geht, wenn man es nicht drin hat. Das war auch krass. Also du sprichst jetzt von der Reichertwaage, also von dem DIN-Prüftest. Ja, genau. Ja, das war auch wahrnehmbar. Ansonsten, genau, zum Kraftstoffersparnis bei meiner Freundin, die hat das auch drin in ihrem 1,480 PS Motor von VW. Und ganz krass war immer die ersten zwei Sekunden das metallische Schlagen beim Starten und richtig lautes Klackern. Ich glaube, das waren die Hydros. Das ging weg und wurde deutlich leiser. Plus sie fährt damit nur zur Arbeit. Das ist ein reines Pendelauto. Kurzstrecke, ja. Ja, ich glaube, 20 oder 30 Kilometer. Also der Motor wird schon mal warm. Der wird schon warm, ja. Aber jeden Tag. Also eigentlich für viel anderes wird er nicht benutzt. Und in dem Fall habe ich dann auch ein bisschen mal geguckt, wie sich der Verbrauch ändert vorher und nachher. Und das war wirklich auch 0,7 Liter. Also von 7,5 auf 6,7. Irgendwie so in dem Bereich pendelte sich das dann ein. Also es war wirklich... Trägt das auch mit dem Spritmonitor? Mittlerweile ja. Ja, okay. Ja, zu dem Zeitpunkt nicht. Das war der reine Bordcomputer. Aber es war immer die gleiche Strecke. Ja. Sie fährt auch entspannt zur Arbeit und hat immer den gleichen Arbeitswege. Und das war auch eine sehr gute Referenz einfach, um das wahrzunehmen. Von meinen Eltern weiß ich nicht, weil mein Vater in der Tank einfach so... Ja. Da kann ich das selber nicht feststellen. Ja. Ich überlege gerade noch, was waren gute Vorteile da? Schaltgetriebe. Im Schaltgetriebe war das ja wirklich so eingefüllt, sofort die Verbesserung gespürt. Die war auch wirklich so, dass das Einlegen der Gänge, der erste Gang, der manchmal klemmte, ein bisschen BMW-Krankheit, kennt vielleicht der ein oder andere, oder der Übergang von ersten und zweiten, dass es ein bisschen hakelig ist. Das sind Hauptprobleme bei den BMWs. Und da war das tatsächlich so, das ging rein und das Schalten war viel leichtgängiger. Obwohl, und jetzt kommt der Clou, obwohl ich, glaube, 3000 Kilometer vorher einen Getriebeölwechsel vorgenommen habe. Also das Schaltgetriebeöl war schon neu und das war schon eine Verbesserung von dem alten zum neuen festzustellen. Was ich noch vorhabe, was ich noch nicht gemacht habe, ist Differenzial. Das ist noch eine ganz wichtige Baustelle, die noch gemacht werden muss. Da möchte ich nochmal ran. Also das ist nochmal das, was ich probieren möchte. So, die Erfahrung zeigt jetzt eben, auch das Schaltgetriebe oder auch das Differenzial ist ja ein reines, sehr kompaktes und sind kleine Ölmelomäne drin. Und dementsprechend brauche ich ja auch nur 10 Prozent davon. Das heißt, der Aufwand, das einzusetzen, ist minimal. Der finanzielle Aufwand vom Produkt. Das Ergebnis umso besser. Um nochmal Reibung zu reduzieren, Verschleiß zu reduzieren und natürlich auch die ganze Performance zu verbessern. Okay, ja, ich bin gespannt. Also das ist noch eine Sache, die ich im Kopf habe, die möchte ich noch unbedingt machen. Diesmal bin ich aber schlauer, dass ich vorher die Motorcleaner reinmachen möchte, bevor ich das dann austausche oder in dem Fall dann auch das Mikrokeramik einfülle. Aber das waren so meine Erfahrungen, die ich da mitgenommen habe. Gerade im Schaltgetriebe, gerade bei BMW hat das sehr viel bewirkt. Gerade wenn ich meinen Motor hochpeitsche und mit 7000 Umdrehungen unterwegs bin, habe ich natürlich auch den Effekt, dass ich einfach weiß, dass das Mikrokeramik einfach dazu führt, dass die Belastbarkeit oder der Verschleißschutz einfach wesentlich höher ist als vorher. Ja, das ist auch beim Getriebe ganz wichtig, weil man darf eines nicht vergessen, das Getriebe ist ja mit dem Motor geblockt und die Wärme überträgt sich sehr, sehr schnell vom Motor ins Getriebe. Das Getriebe wird auch sehr heiß und die eingesetzten Getriebeöle sind von der Viskosität natürlich sehr, sehr dünn und bei sehr hohen Belastungen ist natürlich die Mikrokeramik hier von absolutem Vorteil. Um eben Sicherheit zu haben, Verschleiß zu reduzieren und finale eben auch die Reibung zu reduzieren, um eben langfristig auch Gasfluss zu sparen. Den Getriebeölewechsel wird ja nicht so oft gemacht wie der Motor, das machen wir auch vergessen. Oder man schiebt das und schiebt das immer weiter. Und letztendlich ist es auch so, dass eben dann die Viskosität mal zusammenbrechen kann, insbesondere bei extrem hohen Belastungen. Und zum Beispiel jetzt bei, natürlich, so wie du fährst, ich weiß ja, wie du fährst, mit Hackengas, ja, gibt ja nur eine Stellung. Manchmal. Manchmal, okay. Aber die Sicherheit ist einfach da. So, dann natürlich auch nicht vergessen, Differenzial. Differenzial, gleiches Thema, wird auch immer vergessen. Wir haben zum Beispiel jetzt Transporter immer wieder ein Problem mit den Differenzialen, ja. Was die Kunden dort uns mitteilen, dass nach 100.000 Kilometern die Geräusche schon, also die beginnen zu singen, ja. Das Singen heißt einfach Verschleiß. Ja. Und hier kann man mit einer kleinen Menge entgegenwirken, kann man schon sehr, sehr viel machen. Und deswegen auch meine Empfehlung an unsere Kunden hier, das manuelle Getriebe, das Schaltgetriebe und das Differenzial nicht zu vernachlässigen. Ja, das finde ich auch total tückisch, weil BMW das ja immer anbietet als Long-Live-Füllung. Und das ist so dieses... Ja, die Frage ist halt, was ist Long-Live? Ja, eben. Das ist ein denbarer Begriff, ne? Ja, eben. Das ist dann halt so, wie schiefaschiert, finde ich auch doof. Also, ich weiß, dass ich es machen muss. Ich habe es auch noch nicht hinbekommen. Es ist auch über 120.000 Kilometer alt, also alle Höchste Eisenbahn. Ja, absolut, ja. Ansonsten finde ich es noch super geil. Ich weiß nicht, ob es euch auch gefallen ist. Und zwar wurde das Mikrokeramik, man sieht es auch hier, komplett neu gebrandet. Also, das ist das gleiche Produkt, nur neu aufgelegt mit neuem Design. Und ich finde, das ist bombastisch geworden. Gefällt mir richtig gut. Ja gut, ich sage mal, wir haben das alte Design lange Jahre mitgeschleppt. Und es war Zeit, das jetzt auf einen Stand zu bringen, auf einen sehr modernen Stand. Und wir haben hier einen super Grafiker angeheuert, der uns das mit einer modernen Schrift und in perfekten Farben umgesetzt hat. Das ist geil geworden. Die Sitzgruppe, auf der wir sitzen, blende ich jetzt mal ein. Dann könnt ihr auch sehen, worauf wir hier sitzen. Und auch auf Messen ist das bisher auch sehr gut angekommen. Das ist ein Eyecatcher geworden. Ja, definitiv. Das ist richtig cool. Das hat richtig Spaß. Absolut mega. Das ist nicht von mir, sondern das ist das Feedback von unseren Kunden. Von den Kunden. Ja, das ist geil. Das gefällt mir auch. Das ist cool geworden. Ja, richtig gut. Genau. Dann bedanke ich mich ganz herzlich an dieser Stelle. Gerne, Marc. Und freue mich, dass ich wieder hier Gast sein durfte. Und wir die Zeit auch gefunden haben, auch in einem sehr fluggerärenden Business, immer noch dann die Zeit zu finden, hier ziemlich viel YouTube zu drehen. Um auch euch immer wieder ein paar Infos zu bringen und auch einfach die Möglichkeit zu bieten, Fragen zu stellen, Fragen zu beantworten und auch gerade eure Erfahrungen mit weiterzutragen. Weil ich nehme die Kommentare und leite Kommentare, die ich kriege von euch, auch immer wieder von WhatsApp, von Instagram, von YouTube. Das leite ich immer wieder weiter an weiter. Und er freut sich dann auch. Er sagt, sehr cool. Das ist ein cooles Feedback. Und er freut sich auch einfach, dass das Ganze, was er macht, wofür er so mit Leib und Herzensinn steht. Also wir lernen ja auch daraus. Und wir nehmen auch Kritik auf. Also nicht so, dass wir jetzt das vorneweg schieben, sondern eure Meinung ist uns wirklich wichtig. Ja, deswegen auch in die Kommentare rein. Und wir nehmen das gerne auf und geben auch gerne Feedback. Ja, das finde ich gut. Ich versuche ja auch immer kritisch zu fragen, aber ich finde nicht so viel, weil ich halt damit zufrieden bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin sehr, sehr bezeugt und zufrieden. Und die Leute, denen ich sage, nimm das, die sagen, boah, das ist geil. Und dann versuche ich jetzt zu sagen, ja, was ist mit Additivierung und Öl. Und versuche das kritisch zu fragen, um ein bisschen so zu nailen, sag ich mal so, um dich festzunageln. Um auch gerade da die Ängste von anderen Leuten vielleicht auch mal nochmal zu klären, ein bisschen in der Aufklärung zu sein. Aber ich habe selber eigentlich selbst nicht aufgeklärt, sag ich mal so ganz doof. Ich habe ja auch, in dem letzten Video meinte ich ja auch, ne, Allstop, Motorcleaner, Wagner Mikrokeramik, und mein Gott, da habe ich da jetzt Wasser im Öl. Und da ist auch die Aufklärung ein sehr großer Bestandteil, wo ich selbst auch keine Ahnung habe. Das möchte ich dann auch so kritisch fragen. Wir haben ja auch schon ein bisschen was gemacht. Also wir haben ja YouTube-mäßig noch, sind ja wir Greenhorns, muss man ganz klar so sagen. Und wir haben zwei Videos aufgelegt, einmal den Test. Und wir haben ein Interview gemacht, wo wir alle relevanten Fragen dort gestellt haben, die ich dann beantwortet habe. Wenn es jemanden interessiert, auch werden hier detailliert, werden hier eigentlich alle Themen mitbehandelt. und wenn es interessiert, hier bitte blenden wir den Link ein. Genau, irgendwo einen Link unten in die Beschreibung. Link oben oder links oder rechts. Ich weiß gar nicht, aber werden wir was machen. Okay. Genau, an dieser Stelle freue ich mich ganz so auf eure Kommentare und ich freue mich auch, dass ich hier empfangen worden bin, sehr herzlich, wie immer. Und ja, würde ich mich freuen, dass ich ein Feedback bekomme. Weiter vielen Dank für deine Gastfreundschaft und dann kommentiert, liked, subscribed und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald. Tschüssi. Ciao. Ciao, ciao. Und alle Fahrer von Mikrogrammik, gute Reise. Und kommentieren. Was 20 Gramm sind, möchte ich dir kurz zeigen, mal drauf, um zu zeigen, was 20 Gramm sind. So, wie viel haben wir denn hier? Fünf. Das kriegt man gar nicht drauf. Sind das Gramm? Sind das Gramm? Das sind sechs Gramm jetzt. Das kriegen wir da gar nicht drauf. Ja. Uiuiui. Ja. Acht Gramm. So, das sind jetzt acht Gramm. Das ist eine sehr hohe Menge. Ja. Wahnsinn. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ob wir jetzt hier nicht irgendwelche Unzen eingestellt haben oder so. Nee, da steht Gramm. Oben hier oben. Sicher, ja? Da oben steht Gramm. Oh, acht Gramm. Okay. Ja, und das ist eine sehr hohe Menge, ne? Ja, ich wechsle mal hier in die Position, dass man einmal den Berg schon sieht. Ja. Das sind jetzt 8,7 Gramm. Ja. Das ist eine ordentliche Menge, ne? Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.